Heute stelle ich euch Master Magic von Kubikon vor. Dabei war hier diese Tasche und Master Magic. Hier oben steht irgendwas. Und dann sind diese fünf Ringe zu sehen. Und da steht in Hungary. Rubik made in Hungary. Rubik Studio. So was steht da. Wenn man die Platte einmal umdreht, sieht man nochmal so eine Art Kreise. Also hier sieht man schon den Anfang von so einem Kreis. Aber die sind halt noch nicht geordnet. Und das schätze ich mal auch das Ziel des Spiels, sag ich mal. Dass man die richtig bekommt. Und dabei war auch noch so eine Anleitung. Also da oben war auch schon was drin. Das habe ich aber aus Versehen abgerissen. Hier unten sieht man zum Beispiel eine Wesselung. Und da drüber zeigen die auch, wie man die alles falten kann. Hier auch noch mal. Ja. Also. Man kann die halt einmal so falten. Ähm. Wie kann man die noch falten? Ja. Es gibt ja noch ganz viele verschiedene Varianten, wie man die Klappen falten, wie man es auch nennen mag, kann.